Ähm, wo? Ähm, machen wir mal den hinterherlaufen. Ah, okay. Hm? Ah, ich dachte schon, der kommt nicht mit. Grüßt, Mira. Jona, ich dachte, ich finde einen Dämonen, der an ihren Knochen nagt. Der würde mich glatt ausspucken. Erstatten Sie Bericht, Jona. Die Grünhäute haben viel Druck gemacht. Sowohl hier unten als auch an der Bastion. Bereit machen zum Rückzug zur Bastion. Das Chaos darf nicht direkt angegriffen werden, bevor ich Verstärkung nach hier unten geschafft habe. Ei, Leutnant. So. Captain Titus, hier entlang. Hm? Ah, ich geh doch schon vor, ey, alte. Hm. Ja, sieht's nicht so einladend aus. Ja, ja schön, weil man unsiehbar am Kanten hängt. Leutnant Mira, hier ist Bastion Primus. Schwere Angriff hier. Die Orks sind zurück. Und haben die Verteidigung ausgeschaltet. Die ganze? Generator zerstört. Wir konnten ihn nicht mehr verteidigen. Ein Rückzug war nötig. Die Ultramarines und ich sind fast bei ihnen. Mira, Ende. Okay. 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 Und wieder so ein ewig langer Gang, wo nichts passiert. Wo vielleicht noch ein bisschen geredet wird und das war's. Ah, beweg dich doch mal, ey. Ah, was haben wir hier denn schon? Abgeschlossen. Adeptus Astartes. Zugriff autorisiert. Der MKA-12, pass mal auf, von Trüb Rage Firefight gelandene AG-Impulse, die Schwellkampenzen der Ziele beschädigen können. Das war für's tödlich, überhitzt aber auch schnell. Also wenn ich den Hammer habe, kann ich das Ding eben nicht boxen, bin ich egal. Und immer mehr! Ah! Vorwärts! Ja, ich übertreib das mal schön mit diesem Viechern hier und... Ach, schau. Schön, keine Munition zu haben. So, bauen wir kurz seine Energie kleiner. Ach... Was gesperrt... Oh, ich höre... Wenn ich diese Viecher schon höre, ey... Was kommt hier noch? Er ist hier entgegen geflogen. Oh, ja, ja, los, 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 los. Ja, das Facts-Spann-Hammer ist hier, man muss da eine kleine Quick-Time-Desense machen. Sie sehen, warum wir die Verteidigung brauchen. Ohne sie sind wir zu wenige, um die Stellung zu halten. Leutnant, der zentrale Außenposten wird angegriffen. Wir brechen sofort auf! Abbrücken, Brüder! Ach, das Ding hätte ich mitnehmen können. Egal. Ich werde schon ohne das Ding klarkommen. Wir brauchen diese Geschütze. Hier sehe ich die Verteidigung im Betrieb. Boah, fuck. Boah, er bewegt dich, ey. Ja, okay, aber da kann man uns vorstellen, dass er nicht so ganz beweglich ist. Oh, mein. BAM NOOOOO Oh Hilfe Das ist ja echt schlimm Wie schon alle da unbeweglich da rumstehen Und wie viele kommen dann noch? Hey Das sind auch irgendwelche Nervensägen mit Raketen oder was? Nee Da doch da hinten Da Da Einfach mal so stehen oder kommt Ja 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 Und Ja Ja Es geht mehr von loswerden. Ah, Gunst, mit dem kann ich mich heilen. Endlich. Ich glaube, muss doch alle stehen bleiben hier. Ah, fuck, das war blöd. Also das ist nämlich mal einen kollektiven KI-Ausfall. Leutnant Mira, der Generator läuft. Es klappt. Die Geschichten funktionieren wieder. Kapp, ihr und Auseinandersetz bei uns ist ein ganzes Schiedsnetzwerk. Meine Soldaten zeigen den Weg. Noch ein Tor in diehe ihrer Position. Vielen Dank, Lachlan. Oh. Okay, jetzt läuft es mal gut. Ähm, wohin... Ah, okay, zurück. Und das Spiel läuft nur mit ungefähr 50 FTAs. Und das Spiel läuft nur mit ungefähr 50 FTAs. Verstanden. Oh je. Ah. Hm? War da was? Oh. Ne. Wahrscheinlich nur der Hammer. Hm. Hm. Und die nächste Cutscene. Glaubst du, du kommst mit das funkende Ding von hier weg? Ich bin Boss Grimmschädel! Der ganze Planete hört mir! Ja. 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 Jörg.